Willkommen zu diesem Video. Wie ihr seht, sind wir hier gerade im Familienrat und entscheiden, was wir machen. Also, hat jemand Vorschläge? Ich. Ja, Jones, bitte. Also, ich hatte einen Vorschlag. Wir könnten umziehen. Umziehen? Wieso, Jones? Gefällt es dir hier nicht? Mir gefällt es dir super, aber ich finde das hier ein bisschen unruhig. Da machen immer diese Autogeräusche. Guck doch, wie laut das ist. Das ist doch richtig ärgerlich. Ja, du hast recht. Okay, das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ja. Oh, jetzt hat es endlich mal aufgehört. Hier in Playmore City ist es nämlich immer ziemlich laut. Das müsst ihr wissen. Oh, wir haben das bei dem Video immer weggeschnitten. Ach, das wäre doch ärgerlich. Aber heute haben wir es uns kurz mal gezeigt, wie laut es hier überhaupt ist. Ja, vielleicht wäre es umziehen schon. Ich habe gehört, dass hinten in der Gegend gibt es eine neue Luxusvilla. Eine Luxusvilla? Hm, können wir uns das denn leisten? Ja, schon. Ich denke, es kommt darauf an, wie teuer sie ist. Wir können sie ja mieten. Hm, wir könnten wir uns vielleicht mal ansehen. Aber gehen wir dann noch in die gleiche Schule? Ja, Marie. Und eure Freunde sind dann auch immer noch dort. Ihr habt einfach ein bisschen einen längeren Weg. Und Erik und Anna, können die uns dann abholen? Äh, ich weiß nicht. Gucken wir mal. Aber vielleicht ziehen wir ja gar nicht um für den Moment. Vielleicht in einem Jahr oder so. Ja, dafür bin ich auch. Handheben wir alles, wie das ist. Gut, dann würde ich sagen, in einem Jahr ist das dann vielleicht möglich. So, nun kommen wir zu Familienausflügen. Hat jemand eine tolle Idee, was wir machen könnten? Im Moment nicht. Ich bin noch am Überlegen. Ich gebe euch Zeit zum Überlegen. Ich habe eine Idee. Ja, Marie? Ich denke, wir könnten einmal einen tollen Ausflug in den Park machen. Mit Erik und Anna und mit ihrem Vater. Ja, das wäre gar nicht so übel. Oh, da könnten wir vielleicht auch noch jemand anderes einladen. Nein, das sind, glaube ich, genug Kinder, Marie. Na gut, dann Erik und Anna. Damit bin ich auch einverstanden. Gut, heb doch bitte alle mal die Hand, die dafür sind. Also, ich finde es auch eine tolle Idee. Also, ich finde es auch eine tolle Idee. Wieso denn du nicht, Jones? Ich finde, dass wir einen Familienausflug machen sollten. Ja, das stimmt eigentlich schon. Ja, dann machen wir das einfach als Familie. Ist das okay, Kinder? Ja, okay. Dann halt ein anderes Mal mit Erik und Anna. Super. Jetzt entscheiden wir, wer nächstes Mal den Familienrat führen wird. So, wir ziehen einen kleinen Zettel. So, ich habe einen Zettel gezogen. Das nächste Mal darf unser Familienrat Bob führen. Yeah. Schade, dass Leni noch nicht dazu kommen darf. Sie ist halt noch zu klein. Schade. Ja, Kinder, aber wenn sie größer ist, darf sie dann auch mitentscheiden. Wo ist sie eigentlich? Sie schläft noch. Sie macht ihr Mittagsschlaf. Aha, so etwas. Okay. So, jetzt bringen wir die Stühle nochmal. Bis dort nach hinten. Schafft ihr das, Kinder? Ja, alles super. Super habt ihr das gemacht. Toll. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lässt doch einen Daumen hoch. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und bis dann. Tschüss. Tschüss, Leute.